Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Das ist die Rolle von Hermann Göring. Das ist die Rolle von Hermann. Das ist die Rolle von Hermann. Mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. 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 Fegelein nicht finden. Sie können 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 Fegelein nicht finden. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Strecke. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Unter ein ausgereichter Himmler! Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen! Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ohne haben. Dann enthüßen wir die Westfront. Aber Sie noch zwei Fälle allein in Befehl? Ich glaube! Sie wässern, dass Berlin auf der Achtelarie verliegt. Aber Sie sind noch zwei Fälle allein in Befehl? Ich glaube! Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie... Sie sind noch ohne Ehre! Ich habe mich klar genug ausgedrutscht! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungewöhnlich! Bein Sie mir fageläi! 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 Fageläi!